Solltest du einen Hund aus dem Tierschutz wählen oder vom Züchter? Diese Vor- und Nachteile solltest du kennen. Im Tierschutz hast du die Möglichkeit, einem Hund ein besseres Leben zu bieten. Viele Tierschutzhunde sind extrem ängstlich oder haben viele andere Baustellen. Deshalb könnte die Erziehung etwas schwieriger sein. Diese sind eher für hundeerfahrene Menschen geeignet. Es gibt aber auch genügend Hunde in Tierheimen, die keine Probleme haben. Auch Kosten sind ein Faktor. Ein Tierschutzhund ist in der Anschaffung meist günstiger als ein Hund vom Züchter. Bei einem seriösen Züchter bekommst du einen Welpen mit bekannten Abstammungslinien. Größe, Temperament und Charakter sind ein Stück weit vorhersehbar. Die Elterntiere sind außerdem auf Erbkrankheiten getestet, was das Risiko dafür etwas minimiert. Wenn du dir den Hund für einen bestimmten Zweck, wie zum Beispiel als Jagdhund, anschaffst, macht es definitiv Sinn, eine passende Rasse beim Züchter zu kaufen. Was auch schön ist, ist natürlich, dass du die besondere Welpenzeit miterlebst und den Hund von Anfang an nach deinen Wünschen erziehen kannst. Das geht aber ebenso bei Welpen aus dem Tierschutz. Und alte Hunde haben natürlich auch ihren Charme. Wie stehst du zu dem Thema? Schreib es in die Kommentare.